So, da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge hier in der Hölle. Wolfenstein, das alte Blut. So, wir müssen jetzt mal versuchen hier oben irgendwie auf den Dachbalken, Dachbalken kann man Dachbalken sagen, also auf den Balken hier lang zu balancieren. Ich denke mal, das ist sinnvoll, als wenn wir da jetzt da runter gehen. So, wir sind natürlich auch ein besseres Ziel, wenn wir hier oben sind. Aber ich denke mal, das ist so gewollt, dass wir hier oben lang balancieren. Joa, super, das haben wir jetzt davon. War natürlich super geklappt. Die werden jetzt bestimmt eine Granate hier reinschmeißen. Pass auf, pass auf, was ich dir sage. Pass auf, was ich dir sage. Die nehmen eine Granate, schmeißen die hier hoch. Pass auf, was ich dir sage. So, was ich dir sage. Die schmeißen eine Granate hier hin. Guck mal, der steht immer noch da. Guck mal, können wir einen schönen Hohn schießen? Oh, geil. Bewegen sich auch keinen Millimeter hier, wa? Egal, gehen wir auf den Dachbalken hier lang. Die Balken, balancieren wir mal hier lang. Super, von wo, von wo, von da. Sag doch ein Ton, Mensch. Muss er denn gleich schießen, kannst du doch sagen. Hallo. Von wo denn, von wo denn, von wo denn? Ja, da hinten sind aber welche. Guck mal, wir können hier über alles quatschen. Nee. Wir müssen echt immer Krieg machen, die Penner. Bewegt euch, Männer! Super, sind sie alle in einen Gang langgekommen. So ist das natürlich geil. So, haben wir jetzt hier irgendwas, was wir hier so ein bisschen, ein bisschen essen können? Nee. Kommt natürlich wieder irgend so ein Wichser jetzt hier, wa? Ah, guck mal, er hier, der traut sich ja was. Hat uns von hinten etwa attackiert. Gib mir mal deinen Helm hier. Genau, danke. Ey, jetzt können wir den nicht mitnehmen. Mann, ey, das ist Kriegsbeute. Das gilt als Kriegsbeute. Ey, ey, mir die Packets. Mir die Packets. Gib mir Packets. Packets, Mann. Oh, nee. Jetzt müssen wir ja nicht mehr auf die Balken. Jetzt können wir ja... Ey. Wann der jetzt umgelegt? Ist ja nicht gerade einer. Jetzt ist jemand im Kopf. Nee, da ist er ja. So mal. Der war ja gut drauf, der Typ. Stockt er halt ein bisschen, kriegt er das mit. Den haben wir ja schon eine Minute vorher umgelegt. Dann ist der Alarm da erst weggegangen. Alles gerade so ein bisschen, äh, ja. Nicht so optimal, wa? So, wo geht's denn jetzt hier lang? Wo müssen wir denn jetzt? Wo muss denn der Papa? Nee, hier ist auch zu. Wollen wir wieder klettern, oder was? Nee. Klettern müssen wir... Oh, 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 oh. Was? Was lag denn hier? War doch gerade irgendwie... Juuuuh, natürlich. Schockhammer-Munition. Liegt einfach mal so in der Ecke rum. Ja, könnt natürlich für den, ähm... Ähm, für die letzte Gegenwehr... Sagen wir mal so, für die letzte Gegenwehr... Haben sie sich das aufgehoben? Ähm, okay. Wo müssen wir jetzt... Jetzt müssen wir ja irgendwie... Jetzt müssen wir hier einen Weg finden. Ja, oder haben wir hier noch den Schockhammer-Mitteln? Oh, hier unten, wa? Ich glaube, hier unten jetzt ist es lang, oder? Nee, jetzt sind wir hier wieder da. Naja, soll mich nicht stören. Hier gibt's überall Munition. Muss ich mal so lang laufen? Oh. Mann, der trockelt und zockelt hier. Kriegt er das auch mit? Ja, wa? Müsst er ja. Ah, hier ist auch zu. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Die Tür war ja auch zu, wa? Ja. Da hing ja auch nüch. Da, da zeigt er mir... Da zeigt er mir irgendwas an. Da zeigt er mir irgendwas an. Ah, wir müssen oben auf den Balken lang. Oben auf den Balken. Kiegt er das mal an. Oben auf den Balken müssen wir lang. Ja. Okay, müssen wir doch da ruf? Hier ging's doch irgendwo ruf, wa? Zeig mal hier, ja. Hier auf dem Ding, ja. So. Ey. Ne. Hier. Zack. Schön langsam. Schön langsam, BJ. BJ, entspann dich. Der Krieg ist... ...noch nicht vorbei. Aber das Adrenalin muss jetzt sinken, mein Freund. Das Adrenalin muss sinken. Wir müssen sicher über den Balken kommen. Komm schon, BJ. Das schaffst du. Hier sind wir natürlich falsch oben. Gucken wir ja nicht weiter. Da sind wir da hinten hoch. Och, Mann. So, jetzt aber, BJ. Das kriegen wir hin hier. Komm. Das schaffst du. Das schaffst du. Irgendwie. Da müssen wir hier rüberspringen, wa? Geht ja nicht anders. Geht ja nicht anders. Wir können ja nur... ...warte mal. Warte mal. Ne, ich krieg mal hier jetzt ja ganz leicht... ...meine Fresse. Ich mach mir so ne Gedanken, aber jetzt zit hier gleich nach oben. Hm. Rabi, rabi, Mensch. Lass mich nachdenken hier. Puh. Okay, okay. Aber mit der Ruhe. Kriegen wir hin. Hm. Natürlich ein bisschen bücken. Ja, alles voller Spinnweben hier. Ja, das ist so dreckig, diese Geheimgänge hier. Ist schon lange keiner mehr langgegangen hier. Was macht die... Hm, was macht die Putzfrau hier? Die war ja schon lange nie mehr hier gewesen. Olga, das Zimmermädchen. Was ist das hier? Eine geheime Dusche? Ne, da geht's irgendwo nach unten. Ich dachte gerade, das wäre eine Dusche. Guck mal, haben wir die Töle auch gleich noch mit umgelegt. Bestimmt eine Panzerin. Was? Wo ist denn einer? Wo wurde der denn erschossen? Schon von hier drinnen. So mal. Kollege, wir müssen ein bisschen, äh... Bisschen soft bleiben hier, oder? So, kannst du nicht einfach hier auf mich schießen? Boah, hier ist ein Plumpsklo. Das ist... Oh, das hat ich schon gerochen. Scheiße. Liegt der falschen Nase hier folgt? Hm. Aber schön hat er das hier einrichtet. Kiegt euch das mal an. Boah, hat er ein schönes Büro hier. So, sogar mit roter Farbe noch. Hm, herrlich. Oh, guck mal, was ist das denn? Das ist der Rudi. Kampfhund des Jahres. Kreta von Wolfenstein. Ah, da ist Rudi. Der jute Rudi. Das ist Rudis Zimmer, wa? Guck mal. Also entweder ist das jetzt sein Liebhaber, oder... Hat er hier ein Bild von Rudi bei sich. Und dann auch noch schön hier, wo das Bett ist. Ey, ich sag euch. Der liegt bestimmt im Bett und jerkt sich einen dabei. Denkt sich so... Oh, Rudi. Oh, Rudi. Wäre ja ein bisschen pervers, wenn er an Kreta denken würde. Oh, das wäre ja echt schon krass, wenn er dann... Oh, nee. Wie ich mir ja nicht vorstellen. Wie ich euch ja nicht beschreiben. So, hier haben wir natürlich... Oh, hier haben wir wieder schön tapeziert. Hier haben wir schön tapeziert. Haben wir gut gemacht. So, Munition nehmen wir mal alles mit hier. Können wir alles gebrauchen. Ja, mal nachladen hier. So, das können wir auch noch gebrauchen. Ah, das ist wieder so ein Plumps. Ey, das muss doch eklig sein hier. So ein Scheißklo hier mitten im Raum. Oh, das muss doch stinken nachts. Oder den hier fällt das. Kann natürlich auch sein. Dass er sagen so, mhm. Ja. Gulasch zweimal gerochen. Kommt bestimmt gut. Wiss man ja nicht. Wie die so drauf sind. So, jetzt müssen wir erstmal einen Weg finden, wie wir jetzt hier weiterkommen. Hier ist überall alles zu. So, da hing nichts. Da kommen wir auch nicht lang. So, da kommen wir auch nicht lang. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da runterlofen. Ja, stimmt. Da war ja noch was. Und ich dachte, da werden die Herren duschen hier. Können wir nur noch runter. Nee, hier ist zu. Super. Sonst irgendwie klettern? Nee, klettern kann man da auch nicht. Hm. Nee, das kommt natürlich nicht, ähm, ja. Wo geht denn das jetzt hier lang? Kommandant! Oh, erstmal ein Bärchen geschossen. Wo geht das jetzt hier lang? Und sprich! Oh, das ist ein Brief. Hm, Ingrids Brief. Zeig mal her. Was hast du denn? Was ist denn mit der Ingrid? Rudi, mein lieber Junge. Hm. Ich wünschte, du hättest die Zeit nehmen können, deine arme alte Mutter an Weihnachten zu besuchen. Boah, ist ja ein böser Rudi. Hier, macht hier Krieg und geht ihm mal seine Mama besuchen. Was ist denn das für ein Junge hier? Musst du gleich mal, hast du gleich übers Knie liegen. Hast du gleich über das Knie liegen hier. Ja? Deine alte Mutter Weihnachten besuchen. Ja, hm. Aber hättest ja bestimmt, aber hat es bestimmt zu tun. Was weiß ich schon. Du warst so ein liebes Kind. Naja, ist er ja bestimmt immer noch in Führers Augen. So ein guter Sohn. Ich fühle mich wirklich und vielleicht hätte... Okay, ist ja wieder endloser Text hier von Mutti. Deine Mutter Ingrid. Ah ja. Naja, ich meine, das muss man ja mal erklärt haben, wa? So. Machen wir das mal erklärt. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? So, auf J. So, wo geht das jetzt hier lang? Hier müssen wir in den Schrank? Ne. Doch. Was ist denn jetzt hier? Aha. Ein geheimer Gang. Was ist ein geheim... Ah ja. Boah, dann zeigt mir... Hey, was ist das hier? Samurai-Rüstung oder was hier? Aber auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Yolt. Yolt sollten wir mitnehmen. Yolt ist immer wichtig. Oh, da war noch ein Briefchen. Sehr gut. Haben wir hier noch hier eine alte Schreibmaschine. Hm, die ist bestimmt heutzutage bestimmt viel wert. So, da kriegst du bestimmt was zusammen. Achso, ihr wolltet bestimmt lesen hier. Warte mal. Moment, Freunde. Ganz vergessen. So, wir dreh mal hier langsam runter, wa? Könnt doch schön lesen. So. Aber nicht zu viel Bildung, wisst ihr? Das tut weh. So, hier können wir auch mal schön lesen hier, ja? Herrlich. So, wo müssen wir jetzt hier? Ist hier noch ein Geheimgang? Nee. Aber hier geht's doch jetzt nicht weiter. So, Rudi, mein Juter. Irgendwo muss ich da jetzt weiter gehen? Vielleicht durch das Plumpsklo. Boah, das ist ja schon... Guck mal. Guck mal. Man kann echt aus Scheiße Jolt machen. Hab's doch gewusst. So, da liegt Jolt auf dem Scheißhaus. Aha. Wo können wir jetzt hier lang? Ich weiß das nicht. kurz die Decke beobachten. Irgendwo muss es doch jetzt hier... Geht doch nichts auf. Tagebuch. Helgas Tagebuch. Vierter Eintrag. Ah, die Helga. Diese leckere Sahne-Schnittchen, wa? Ja, da liegt natürlich Schutzrüstung. Ja. Ah, keck mal, keck mal. Da kommen wir hier. Müssen wir... Hm, na, ist ja super. Na, hey, der Droa. Hätten wir ja gleich noch sagen können, dass das hier lang geht. Mensch, Mensch, Mensch. Freunde. Der Judenmusik. Und der relativ, äh, einfachen Unterhaltung. Chris H. Mhm. Heiko K. Gute alte deutsche Namen hier. Detlef. Detlef R. Harald S. Ich hab ja mal Angst, ey, wenn wir hier mal in so einem Gitter stehen, dass da einer so rausgeschossen kommt und uns voll vorm Kopf knallt. Ah, da können wir doch bestimmt hier. Haben wir da ein bisschen Schuss für? Genau, aber ein bisschen was haben wir hier. Guck mal. Können wir ein bisschen nachladen. So, schalten wir gleich Bede aus, wa? Würde ich sagen. So. Gut, Musik schon wieder vorbei. Das hat mal keiner gesehen. Ja. Super. Wie hätten wir das denn machen sollen? Die standen noch zu zweit da. Hätten wir doch nicht machen können. Und schon wieder diese hässliche Alarm. Ey, Freunde. Okay, warten wir einfach hier. Können ja nur durch einen Gang kommen. Von da können sie ja nicht. So. Müsste eigentlich relativ simpel sein. Müssten wir eigentlich easy regeln können. Irgendwas dabei? Nee. So. Ey, der hat ja einen Stahlhoden. Mh. Führersgeheimwaffe hier. Verkrummter Hoden. Kommt natürlich gut. So Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt abgedampft? Haben wir den auch erwischt? Ne Ist er jetzt hier irgendwo verkrümelt, hier der Typ So, den mit dem Tesla-Rucksack haben wir gekriegt Aber was ist der jetzt hier in der Flitz? Da, steht da Ja, die zieht ein bisschen nach oben, die Waffe Haben wir den erwischt? So, einen haben wir gekriegt So, wo ist der andere jetzt? Wo sind die anderen Säcke? Ah, hier mank der Kochtöpfe bestimmt versteckt Kommen sie aus dem Hinterhalt hier Kommen sie aus dem Schrank gesprungen Da oben, da oben laufen welche, da oben laufen welche Halt doch genau hier sehen, wo sind sie denn? Halt doch genau hier sehen, da oben So, lad noch mal nach BJ Da Alter, wag dich eine Granate zu schmeißen Wo ist er hin? Hier, mag ich die Säulen verstecken oder was? Aber was ist denn das hier, wenn wir Kinder jaten oder was? Können wir mal hier Ringelpiezen mit anfassen spielen, wenn ihr wollt Habt da bei mir aber ein langes Seil da? Könnt ihr alle Seilhüpfen mitmachen? Kann ja mal die Warzenschwein hier Wo sind sie denn jetzt? Da kommt noch einer angewatschelt So Das war der Peter, der kam später Oh, der hat eigentlich noch eine Rüstung Ey, da, die mit dem Tesla-Rucksack sind ja auch hier, wa? Ja, kommt auch noch einer angewatschelt So, keine Munition, lade nach Komm mal, kann ja wohl nicht wahr sein Wo kommt der denn jetzt hier her? Hier, mangt der Teppiche oder wat? Ja, wisst ihr aber, schön geslidet, mein Freund Hier, mangt der Eichenfässer Kann ich auch nicht mehr retten Oh, dein Schicksal ist besiegelt hier Nimm mal die Rüstung mit Brauch eine bessere Position Ja, die bräuch ich auch Wurde dann jetzt so lang So Hört mal her hier Ein Führershelm Hätten nochmal noch ein paar Helme Genau Dicke Rüstung mitnehmen hier Ey, der druckelt und zockelt hier Oh, den haben wir wieder Jut hier Schön Kesselbuntes wieder Komm mal hier für eine Waffe Boah, die kommt natürlich super Die kommt natürlich klasse Kann man das aufmachen? Nee, die Tür von der anderen Seite verschlossen Mensch, was ist denn hier los, Freunde? Gebt mal her hier Kann man die mitnehmen? Munition Oh Alter, komm mal Mit dir los Komm mal die Waffe wechseln hier Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Wenn du mit so einer Kacke kommst hier Da bin ich natürlich mit dabei Hier, warte mal Komm mal her hier So, komm mal durch da So, dann zeig dir mal, was los ist hier So Von so einer Kacke hier brauchst du ja nicht bei mir zu kommen, Freund Guck mal, was sind wir denn hier? Ich würde es jetzt wie im Kinderjahrt, mal So, dann schicken sie den großen Dicken vor Der alles machen soll So Und die kleinen Schwachen verstecken sich hinter ihm Hier oben haben wir noch so einen Dicken umgelegt, warte Den haben wir noch gut getroffen, oder? Hier, geben wir alles mit Oh, der ist ja Guck mal, der ist ja zerfetzt Hm, hier ist das untere Teil Wo ist das obere Teil? Klebt das hier irgendwo an der Wand, oder was? Auch hier mal einen Helm mit Ja, ist immer hier Ein bisschen Rüstung ist immer hier nehmig Ey, der Alarm geht auch nicht weg hier Ena muss noch irgendwo überlebt haben Aber wo? Oh, der hat sich bestimmt wieder irgendwo hier versteckt Bestimmt irgendein feiger Hund, wa? Oh Der wartet jetzt auf irgendwas Man weiß nur nicht auf was Da steht er ja Sommer Klaus Kommst du denn jetzt her? Sag mal hier, Gästebuch? Ne Dachte wir ein Gästebuch Oh, hier geht's weiter Mann ey Sind wir ja so lange hier rumgelaufen Während ich mal einen Eingang gefunden haben Ey, ich seh echt schon belastend hier, sowas Gut Nehmen wir mal hier lang Dann haben wir zum Glück hier alles voll noch Ah, können wir trotzdem mitnehmen Alles mitnehmen hier, alles mitnehmen So, brauchen wir jetzt zwei Waffen? Ich will keine zwei Waffen Einer Waffe reicht mir So Müssen wir jetzt hier runter? Irgendwo hoch? Irgendwo runter? Irgendwo weg? Irgendwann einschlagen? Ne Was ist das hier? Midi-Packet Hm So gut So, was sollten wir jetzt hier drinnen? Müssen wir hier runterspringen? Ah Irgendwas entdeckt Guck mal, hier hat irgendeiner gepennt Was ist das hier? Ein paar Weinflaschen, Kerzen Ah, der hat sich das ja gemütlich gemacht hier Der hat sich das ja gemütlich gemacht So, hier ist alle zu Ja, was hat uns der Heimgang jetzt gebracht hier? Ja, nichts So Können wir uns hier ausruhen? Ist hier irgendwas versteckt? Guck mal, hier kannst du pennen Was ist das denn jetzt? Yay Ein Minispiel Wie geil ist das denn? Wolfenstein 3D Ich glaub's ja nicht Haben wir auch alle Waffen? Ne Wie geil ist das denn? Kick mal, Freunde Ein Minispiel Warte, müssen wir gleich mal zocken hier Müssen wir gleich mal ran Ist bestimmt der Ausgang, wa? Ja Oh, da können wir jetzt ruhig mal Überlänge machen Dün, 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 dün Ey Wie geil ist das denn? Freunde Wie geil ist das denn? Ein Minispiel So Gibt's nur bei Rabbiner hier Sehr gut Machen wir auf hier die Tür Yeah Na, hier kann ich gar nicht verlieren, glaub ich Wie geil ist das denn? Mal ein Minispiel Ey, ich freu mich ja richtig, wa? Ja, können wir jetzt ruhig mal Überlänge machen Das stört der jetzt hier wohl keinen Ja, ich denk mal, das stört hier keinen Wenn wir hier mal eine Überlänge machen Für die Folge können wir das ruhig mal machen So So, lad mal nach Was haben wir hier? Was ist das? Können wir nicht machen Da ist noch eine Tür Ich freu mich voll Wie so ein kleines Kind grinsig gerade hier Ey, voll geil Hier, dann haben wir das in der Helga Ui, 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 wie geil ist das denn hier? Was ist das denn? Ein Kuhfladen? Ne, Essen Mh So sah das wohl damals aus Oh, ist das herrlich Ist das schön So weit mal mitzuerleben hier Machen wir die Tür auf hier Können wir gleich mal ein bisschen rennen Irgendwie drüben noch rein Ach, ist das herrlich Komm mit dir los hier Gleich noch einer hier Zack Ui Aber gut, dass wir das mal entdeckt haben, wa Freunde, würd ich mal sagen Freunde der sechten Unterhaltung Was ist das hier? Fässer? Können wir die abschießen? Ne Oh Hier haben wir was Oh, ja Hier haben wir noch Ne Ach, wir haben noch eine Waffe, wa Ja Ja, hebe mal her Hier, die AK Hm, AK ist immer gut Können wir da lang? Können wir da rüberhüpfen? Ne Ja, wie kommt der Rabbi jetzt da hin? Hm Fragen über Fragen Ja, können wir nicht mitnehmen So, ich würd mal sagen Wir wechseln mal wieder auf die Pistole, wa Die war ja eigentlich ganz gut gewesen So Gibt's hier noch irgendwie? War hier noch irgendwas? Ne Ey, wie geil Nehmen wir mal hier drüben rin Oder kommen wir von da? Hey Oh, die Musik auch noch dazu, wa Herrlich Ist doch schon ein Highlight, oder? Freunde, was sagt er? Ja Ey, also hier kann ich ja nicht verlieren Kick mal Hier sind wir ja voll dabei Hier sind wir ja voll on the road Oh, der war hartnäckig Das war Rudi Das war Rudi Das war Rudi Hm Schön, was zu happern hier Können wir noch mitnehmen Oh Mann, muss ich gleich niesen Sehr gut Mal alles mitnehmen Alles wichtig hier Alles mitnehmen Ja, mal auf hier die Tür Jetzt haben wir uns verlofen, wa Ne Von da kommen wir Ne, von da kommen wir Ne, hier müssen wir rein Ja, das müssen wir jetzt hier machen Hier ist ein Endgegner bestimmt Geht mal, hier sind blaue Wände Sieht schon sehr gefährlich aus Das sind Hunde Kick mal, Kreta haben wir abgeballert Doch ein paar Tüllen Die geben da nicht mal wat Ist ja frechheit